Die Rahmenbedingungen im Rahmen der öffentlichen Ausschreibung werden immer komplexer. So wird es für die Unternehmung immer schwieriger, im Spannungsfeld zwischen Preis und Qualität ein optimales Angebot einzureichen. Wir von der Confia Legal verfügen über eine sehr langjährige Erfahrung im Bereich der öffentlichen Ausschreibung. Bei uns sind sie dahingehend in guten Händen, als wir sie von Beginn an begleiten, bezüglich der zu erstellenden Ausschreibungsunterlagen und bezüglich des einzureichenden Angebots. Wir haben bereits mehrfach in der Praxis Unternehmungen begleitet und zu einem optimierten Zuschlag geführt. Daher, im Rahmen der öffentlichen Ausschreibung, sind Sie bei uns, Confia Legal, in besten Händen. Confia Legal, wir begleiten Sie in sämtlichen Submissionsangelegenheiten optimal.